Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 Dufter Typ am Start mit der Duften Mieze, voll ausgerüstet auf Stufe 60, Alfino, wir können loslegen. Gerade Entmont hat Orchefons Schild anvertraut, was für eine schöne Geste. Wir werden Orchefons Erinnerungen hochhalten und siegreich zurückkehren. Ich hoffe du denkst nicht, dass ich uns schon abgeschrieben hätte, keineswegs. Wir werden auch diese Herausforderung meistern, aber wir können unsere Freunde, die uns in diesen schlimmen Stunden so tatkräftig unterstützt haben, doch nicht ohne ein Wort des Abschieds zurücklassen. Ganz deiner Meinung, Dickerchen. Flug ins Ungewisse, los geht's. Die Enterprise scheint fast fertig zu sein. Kannst du vielleicht Stola Bescheid geben, dass es gleich losgeht? Sie steht dort unten und starrt ins Leere. So, da. Es ist schon seltsam. Bis vor kurzem durfte noch niemand nach Ishgard herein und jetzt fliegen schon Linienschiffe die Stadt an. Ähnlich haben sich die Stadtstaaten die Hände gereicht. Und ein Guteil davon ist dein Verdienst. Du bist die Flamme der Hoffnung für uns alle. das war ja die schmalzigen worte dafür kämpfen leute wie wir nicht danken darf man seiner retterin doch wohl noch zum danken ist es zu früh vor uns liegt eine schlacht die einen tausendjährigen krieg beenden wird in as isla werde ich alle mein ende setzen ich will weder deine entschlossenheit noch den ernst der lage anzweifeln aber du musst aufpassen in dem auge wohnt eine kraft die von dem unstillbaren hass des drachen gespeist wird meinst du dass sie mich verschlingen wird er ersticke ich die kraft und gehe mit ihr zusammen unter welch ein glück dass ich euch antreffe ich habe den sonnenwind ohne aufsicht gelassen um euch ein objekt von höchster wichtigkeit zu überbringen hier möge er euch gute dienste leisten ein weißer aura zieht er befand sich in moon breeders hinterlassenschaft sie hat sogar daran gedacht ersatz mitzubringen ihr begebt euch an den ort an dem die dunklen wesen lauern die meiner teuren freundin das leben raubten ich bitte dich lass sie dafür bezahlen abonniere mich abonniere mich abonniere mich abonniere mich super das haben wir abgelagert also das team ist ja ein unglaublich freundlicher kollege also dann auf in den kampf dein wort in meinem ohr los geht's so 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 Hier, seht nur. Sie ist so umfassend verbessert, dass ich ihr einen neuen Namen gegeben habe. Die Enterprise Excelsior. Oder einfach. Excelsior, wenn euch das zu lang ist. Sie wird euch an den Ort der großen Konfrontation bringen. Also dann, alle Mann an Bord. Ab hier muss ich euch alleine ziehen lassen. Aber meine Gebete werden euch begleiten. Und ich bin sicher, dass auch Orchefant im Geiste bei euch sein wird. Viel Glück. Möge eure Mission von Erfolg gekrönt sein. Also dann, Abflug. Also dann, Abflug. Abflug. A. B. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind durch! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Galea! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ruhe in Frieden, Eisherz. Jetzt bin ich aber sauer. Okay, diese Dreckssäcke, aber wir haben hier anscheinend einen Landeplatz gefunden, wenigstens etwas. Oh Mann, sit. Da haben wir diesen Drecksgalearen den Weg freigemacht. Aber das konnte ja auch keiner ahnen. Immerhin hat die Ätherramme einwandfrei funktioniert. Dank ihr und dem mutigen Opfer von Eisherz stehen wir jetzt tatsächlich in Asisla. Jetzt heißt es schnell, die Fährte aufnehmen. Wer weiß, wo der Papst und die Aschinen inzwischen sind. Yiselle, die Reinheit seines Herzens hat sich in deinen letzten Stunden noch einmal gezeigt. Insgeheim habe ich mir gewünscht, du wärst eines Tages ein Mitglied unseres Bundes geworden. Doch nun ist alles anders gekommen. Alphino. Aber woher hat sie gewusst, was wir vorhatten? Wo wir waren? Risswäger führt vielleicht durch die Kraft des Augen, das ich bei mir trage, wo wir waren. Und Eisherz wiederum stand in enger seglischer Verbindung mit Risswäger. Er muss es ihr vermittelt und sie im letzten Moment hierher gebracht haben. Jedenfalls hat sie ihr Leben gegeben, weil sie in unserer Mission geglaubt hat. Dann sollten wir die Sache auch durchziehen. Auf geht's. Seht, seht ihr die Kuppel da vorne? Die sehen wir uns mal an. Ja, die sieht gut aus. Also denn, wir werden uns hier jetzt erstmal den Eteriten holen, oder beziehungsweise die Helix, sozusagen ein prähistorisches Objekt eines Eteriten. So, harmonisieren wir uns mal mit dem Ding. Ja, Asisla. Ordentlich gerade klein das Gebiet, wie man sieht. Aber auf jeden Fall für uns nicht groß genug. Denn wir müssen Leute vernichten. Keine Gefahr im Verzug. Lass uns hier mal kurz beraten. Wir brauchen einen bombensicheren Plan. Das klingt gut. Also denn, was kriege ich hier? Oh, das ist gut. Eine Wind-Eterquelle. Hier gibt es sowieso zu jeder Quest Wind-Eterquellen. Da wir keine Ahnung haben, in welche Richtung der Papst ist, sollten wir erstmal unsere Sache deponieren und von hier aus ausschwärmen. Asisla scheint tatsächlich ziemlich groß zu sein. Ziellos zu suchen, wird uns kaum zum Papst führen. Hast du einen Plan? Nun, das hier ist ja offensichtlich ein Landeplatz für Luftschiffe. Und ein recht stattlicher dazu. Wenn ich den diensthabenden Ingenieur wäre, würde ich ihn mit dem Zentralbereich verbinden. Es muss hier ein Terminal oder etwas ähnliches geben, über das man auf alle Informationen zugreifen kann. Sehen wir uns also mal um. Das ist mal super. Dann wollen wir mal gucken. Gibt es mehrere Orte, wo man mal kurz reinschnuppern kann. Was haben wir hier? Aha, hier haben wir was. Ausschau halten. Sehen wir hier irgendwas Interessantes aus der viereckigen Kisten? Runde Kisten? Kisten mit Kisten? Die Galea haben sich mit ihrer Magitek-Technologie ziemlich viel von den Erlagern angeschaut. Das bedeutet, dass wir umgekehrt auch erraten können, wie die erlagischen Schaltpulte hier funktionieren. Das ist mal eine Information. Die braucht man immer. Alfino? Sag du mir auch mal was. Wie haben die alten Erlager nur eine Anlage von solchen Ausmaßen betrieben? Entschuldige, ich wollte dich nichts von der Sache abhalten. Hast du aber. Schäm dich. Böser Wicht. Kleiner Bubi. Handsames Äffchen. Das hat so ein bisschen was von Final Fantasy 13 hier. Finde ich. Alles bewegt sich und so. Die Maschinen können im Moment gestohlen bleiben. Wir sollten lieber aufpassen. Ich spüre die Anwesenheit eines Drachen. Dachte nicht, dass es hier welche gibt. Das klingt gefährlich. Ich möchte jetzt nicht noch auf Drachenjagd gehen, um ehrlich zu sein. Oh, guck mal da. Eine deaktivierte Konsole. Warum habe ich die denn übersehen? Nichts. Aber da muss ein Terminal sein. Die Erlager haben ihren Landeplatz garantiert nicht vollkommen isoliert gebaut. Das macht kein Ingenieur, der bei Verstand ist. Wo ist übrigens Vetch? Duft. Kannst du ihn vielleicht suchen? Sicher hat er nicht widerstehen können und ist schon weitergelaufen, um sich die Anlage näher anzuschauen. Klar. Wo? Da. Okay. Gefällt mir. Ich kann dir aber auch mein Chocomo holen. Da muss man nicht ganz so viel laufen. Dann kann ich mir wieder Chocomo machen. Das ist echt mega viel hier. Ach komm mir jetzt nicht so, du. Du Schnapsturm. So, wo ist denn der Vetch? Der muss hier irgendwo rumfliegen. Zum Geistern rum sitzen. Ah, hier. Aussichtspunkt. Am Entschlüsseln. Weg. Aha. Aha. Was machst du denn da schon wieder? Chef, ey. Das Gerät da hat so interessant ausgesehen. Ich wollte es nur kurz, äh, ganz kurz unter die Lupe nehmen. Da habe ich plötzlich Sterne gesehen. Vetch, verdammt nochmal. Wir sind nicht zum Spaß hier. Wer weiß, wie die Anlage hier die Fallen ausgelegt haben. Tut mir leid, Chef. Aber ich habe doch immerhin was gefunden. Ein, ein defektes Abwehrsystem. Na, herzlichen Glückwunsch. Nein, nein. Es ist nicht defekt. Hier, schau mal. Was sagst du jetzt, Chef? Leitsystem aktiviert. Initialisiere Startsequenz der Nutzervereinbarung zustimmen. Ähm, Nutzervereinbarung zustimmen? Ja klar, bei iPhone und bei Google macht man das ja auch nicht anders. Lizenz bestätigt. Neuer Benutzer wird angelegt. Name eingeben. Ähm, ich bin Vetch und das ist Dufte. Neuer Name. Vetch und das ist Dufte. Willkommen in Assisla. Topografische Informationen werden geladen. Wegleitsystem bereit. Wunderbar. Wir haben jetzt einen fliegenden Ball. Naja, ich sag mal, besser als nichts. Ich hoffe, das bringt uns nicht noch in Eufels Küche. Lass uns mal ein paar Dinge ausprobieren. Blechbüchse. Gib mir die komplette Lockdaten für die Systeme dieser Anlage. Hey, da ist der Chef, ähm, hat dir was befohlen. Geht doch. Es ist klar. Gruppe Künstlicher Fliegender Insel. Ja, das wissen wir. Momentaner Aufenthaltsort Helix. Momentaner Status. Reaktivierungsphase. Da seid ihr also Reaktivierungsphase? Hat wohl der Papst uns Rollen gebracht, indem er den Schlüssel zur Insel benutzt hat. Blechkugel. Wo sind hier noch andere Leute? Im ätherochemischen Forschungslabor auf dem Flaggschiff, da scheint die Zentralinsel zu sein. Und in einer schiffsartigen Anlage namens Fraktalkontinuum scheint sich jemand aufzuhalten. Ja? Unautorisierter Zutritt in Gamma-Quadranten. Abwehrsystem aktiv. Hm, was sagt ihr dazu? Das müssen die Galia sein. Der Papst hat ja den Schlüssel. Aber wo ist er? Hm. Ich denke nicht, dass er so weit geflogen ist, um still in seinen Sonnenstrahlen zu sitzen. Blechbüchse! Wo registrierst du den größten Energiefluss? Innerhalb des ätherochemischen Forschungslabors also. In der Triadenkonstruktion. Triade? Drei Götter? Hier ist für Schluss. Militärgeheimnisse, Klasse A. Er verlangt irgendeinen Code. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was, wenn es eine Falle ist? Seit wann kann man sich so leicht in allergische Informationssysteme einklinken? Trotzdem müssen wir uns zum Labor vorarbeiten. Der Papst und die Azurgarde sind bestimmt dort. Wir haben keine Wahl. Die Erlager haben Dallamut gebaut und Barmut darin eingekerkert. In ihrem zentralen Forschungslabor müssen Geheimnisse begraben sein, die man diesen Konsorten lieber nicht in die Hände fallen lässt. Jawollo! So, und damit haben wir hier den Kram abgearbeitet. Ich nehme mal die Stärke Materie ab. Und ich glaube mittlerweile haben wir auch die Zeit durch. Jo, ziemlich. Dementsprechend sage ich an dieser Stelle auch relativ pünktlich nach 30 Minuten einen wunderschönen Dank. Nein, einen vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Fun 2014. Dufter Typ sagt Dankeschön und verabschiedet sich. Tschüss!